Können wir Ihnen helfen? Mhm. Wie denn? Hm, ja, Ringitingi. Wie bitte? Ringitingi. Ich verstehe Sie nicht. Ringitingi? Äh, ich... Keine Ahnung, was Sie von mir wollen, aber ich muss arbeiten. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des Hundes. Heute der Part 2 von Virtual & Andel. Wir haben ihn letztes Mal schon zu Heißblut gebracht. Wir schauen, dass wir das heute noch tocken können. Vergesst nicht, liebe Leute, Part 2. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Äh, ja, würde mich sehr freuen. Vergesst nicht, abonnieren ist kostenlos, Glockaktiv ist auch kostenlos. Würde mich sehr hart freuen. Wir starten durch, auf geht's zu Part 2. Oh, das ist, ey, das ist so schön, das ist so eine Genugtuung. Äh, einfach ihn mal richtig hart zu trollen. Gut, wir fahren mal rüber, wir holen das Zeug mal, packen das hier rüber zu den Jungs. Oh, ne, ich bin weggecrashed, an die doch nicht. Oh, doch, jetzt bin ich doch gecrashed. Ja, viermal Nost zünden hintereinander ist wirklich toll. Also, das ist eine Auszeichnung für sich. Ja, ja. Ich liebe es. Äh, Uno Frago, kann ich mir den ausborgen? Oder willst du meinen? Ja, gerne, gerne, gerne. Ich mach jetzt Kennzeichen ab, jetzt gucke ich nochmal, wo er steht und jetzt baller ich nochmal mit Vollgas da durch. Weißt du, sonst ist immer Annel der, der die anderen trollt, ne? Heute wird er aber hart getrollt, das ist mal schön. Ja, bis jetzt ist es gesagt, gehen wir mal tanken eine Runde, ne? Auf ganz legitim. Nein, der letzte. Hab ich doch gerade gesagt, du Helmut. Putz doch mal deine Ohren. Michael, Matthew. Äh, ja, Frage, ging es da um die Ambulance oder um den, äh, Feuertruck, der da auf dem Kopf? Hm. So, aber wer äckte mich überhaupt? Kann man Ihnen helfen? Hm. Wie denn? Hm, na, Ringidingi. Wie bitte? Ringidingi. Ich verstehe Sie nicht. Ringidingi? Äh, ich habe keine Ahnung, was Sie von mir wollen, aber ich muss arbeiten. Äh, Ringidingi im Zelt? Äh, nein. Hm? Oh, war das unangenehm. Ein bisschen Ringidingi. Oh, nee, er hat gerade wen angehalten, sich jetzt mit Vollgas durchbällern. Ja, komm, wir machen es. Hier vorne an der Kreuz, hier in der Abfahrt ist er drin. Er hat mich gerade wen angehalten. Da fahren wir mal hin. Oh, ja, Spaß des Lebens pur. Ringidingi. Aui. Aua. Nope. Das ist egal. So, mit der Abfahrt, über der Nächsten war das, ne? Mit der Abfahrt hier. Ich glaube, das wird der 100% annehmen, oder? Und wie er es annimmt. Ich stelle den Dank für die Lassensilber. Mit einem Kandidaten für NOS. Komm, zünd doch NOS, du. Fährt doch schön. Okay. Auch wieder NOS durchzünden. Und weg ist er. Ey, er muss so mad sein, Alter. Mittlerweile ist es mir schon wurscht. Das ist jetzt schon das zehnte Mal gefühlt. Wie oft haben wir jetzt bekommen? Vier, fünf Mal mit Nitro reingeballert. Andl ist schon auf wirklich einem Grenzbereich, wo er sagt, er macht einfach Stream aus. Das heißt, wir haben es schon fast geschafft. Ach. Ach ja, der ist perfekt. Eins plus mit Sternchen. Das ist so ein Auto, mit dem kriegt man auch jeden. Jawohl. Danke. Ich glaube, nach diesem Stream wird Andl das NOS-Script raus tun. Irgendjemand hat da Riesenspaß daran. Immer an mir vorbeizufahren und direkt rauszuzünden. Ich glaube, Leute, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt folgendes machen. Wenn wir jetzt nochmal probieren, wir durchfahren. Ich glaube, er wird dann Names anmachen und mich zur Rede stellen. Das ist das 100 pro andere sein Ding. Er ist jetzt gerade Richtung Hauptplatz gefahren. Ich glaube, er ist jetzt gerade Richtung Hauptplatz gefahren. Da habe ich es eigentlich nicht zünden. Da habe ich gerade schon erschrocken. Oh, da ist er drin. Guck mal, wie er da drin ist. Guck mal, wie er da drin hockt. Guck mal, wie er da drin hockt. Ich bin schon wieder weg. Jetzt Nitro zünden. Guck nicht, wenn ich weg bin, Jungs. Da bin ich mir voll an vorbei. Und weg bin ich. Ist das dieser goldene Ferrari da? Ja, der hat safe, glaube ich, auch NOS gezogen oder so. Ohne Scheiß. Aber ich glaube, das ist ein Hacker. Wenn das ein Hacker ist, dann bin ich so aushaltzig, Alter. Weil der hat ein JBXD-Kennzeichen. Das weiß ich. Das sind doch die Kennzeichen von Stoffel. Jetzt kann ich halt auch kein Auto mehr von Stoffel nehmen. Ey, Frage. Können wir Auto tauschen? Du nimmst mein Auto. Ich nehme dein Motorrad. Eigentlich gerade schlecht. Ich gebe dir auch zwei NOS-Flaschen. Ja, dann mach. Okay, jetzt komme ich nochmal mit dem Motorrad unterwegs, okay? Jetzt ist schon das mit dem Auto ein bisschen auffällig. Das heißt, jetzt komme ich mit dem Motorrad. Andel ist gerade dabei, zu schauen, wer das ist mit den roten Haaren. Er hat schon das Appelmenü draus und guckt, wer das ist. Ja! Ja, er guckt schon, wer das ist. Oh, nee, er guckt wegen dem Pferdeschwanz. Oh, nee, ich muss jetzt ganz schnell meine Dings ändern. Ich muss ganz schön meine Haare ändern. Ich muss mein Outfit gerade komplett umändern, weil jetzt wäre ich gesucht mit dem Pferdeschwanz. So, ist er das? Ja, klar ist er das. Und weg bin ich. Ich fahre mal zu in die Werkstatt. Heute ist echt nicht mein Tag. Es kann doch nicht sein, dass er nicht drauf kommt, Alter. Oder ich habe eine Idee, wir fahren jetzt hin, holen uns nochmal hier diesen Pferdeschwanz und stellen uns einfach direkt mit dem Bike neben ihn hin. Ich kann das nicht mehr. Ich kläre ihn jetzt einfach auf. Ich glaube, er ist schon so am Ragen. Passt auf, mach ich folgendes. Er ist jetzt gerade hier Mechaniker, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon auffliegen lassen möchte, das Ganze hier. Oder ich fahre hier einfach nur rum und trigger sie ihn so ein bisschen. Guck mal, da steht. Ist aber noch nie aufgefallen, ne? Oh, nee, oh, nee. Jetzt check das, jetzt check das. Jetzt check das. Was ist der Dude? Machel 89. Jetzt bin ich wieder weg. Ich glaube, jetzt hat er es gerafft. Jetzt hat er es geschnallt. Mit diesen Haaren. Ich habe jetzt extra mal... Ich hätte nämlich vorher ganz andere Haare, ne? Ich habe... Check mal, bitte mache 89. Ah, guck. Ja. Er denkt schon, ich meter. Ich kann nie mehr, Alter. Er ist so... Er ist so heiß. Ich werde jetzt gleich... Jetzt kommt gleich ein Admin zu mir, Leute. Der kommt gleich. Jetzt kommt gleich ein Admin zu mir. Ich bin der Linux und ich stalk so gern. Ich bin der Linux. Du sagst nichts. Hallo. Kann ich den ausborgen? Ungerne. Warte mal ganz kurz. Können wir tauschen? Okay. Ist offen. Okay. Viel Spaß. Danke. Jetzt wissen die Admin schon Bescheid, dass ich das bin. Jetzt denkt Andil, oh, hat sich erledigt. Nein, hat sich nicht erledigt, Bruder. Der Spaß fing gerade erst an. Ich wollte das schon aufklären. Aber ich darf, der Andil kommt das schon irgendwie selber drauf. Er ist nicht drauf gekommen. Alles gut. Er hat halt wieder ein Ausdurchz unten in Sion bei 300. Und jetzt sucht er, sucht er wieder im ganzen Umkreis. Es ist einfach zu herrlich. Okay, er ist wieder dran, er ist wieder dran, er ist wieder dran. Er ist wieder dran. Und das Ends, Matt, Alter. Ja, der zündet wieder ein Ausdurchz. Es ist derselbe. Es ist derselbe. Schau, jetzt zündet er wieder ein Ausdurchz. Pass auf, jetzt zählen wir runter, bis es ein Ausdurchz kommt. Jetzt kommt ein Ausdurchz. Drei, zwei, eins. Es ist Kurt, hundertprozentig. Es ist hundertprozentig Kurt. Fuckst du, jetzt ist er weg. Es ist hundertprozentig Kurt. Ich habe es den Admins gesagt, sie sollen Machl69 nachschauen und er fährt noch immer rum. Wenn der jetzt noch rumfährt, ist es Kurt. Hundertprozentig. Ich habe es den Admin, wenn der jetzt noch rumfährt, ist es Kurt. Ich bin schon rausgegangen. Ich bin gearscht. Er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt, Alter. Mit seinem Karl-Heinz-Jar. Soll ich jetzt eine Verfolgung starten? Oh, nee. Ich will das nur aufklären. Hier will ich jetzt den Funk mithören. Denkst du wirklich, das führt zu was? Schmackst du schlimmer, wenn sie abhauen, das wissen sie, oder? Ich wollte nur aufklären, Alter. Ich wollte nur zur Anmelfase dem das sagen. Was hat denn der denn für einen geilen Namen als Polizist? Was hat er denn für einen geilen Namen als echter Cop? Er hat gleich so was von umgeboxt. Er hat gleich so was von umgeboxt. Der liegt, der biegt. Bleiben sie stehen, ich werde sie stehen da. Oh, nee, ist das fies. Guck. Er ist verschwunden. Okay, okay, jetzt muss ich wieder wechseln, gehen wieder auf mein Bike drauf. Wo ist denn das? Hier. Oh, nee, das ist halt wirklich kaputt, ne? Kacke. Oh, nein, mein BMX. Mein BMX, Alter. Wo ist denn? Ich bin mir irgendwo reingegangen, wo man gar nicht eigentlich irgendwo rauskommt. Der war gerade übens verwirrt. So, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Andel war heute natürlich ein waschechter Polizist und hat alles gegeben, was ging. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst mich gerne wissen. Damit ab in die Kommentare und lasst auch gerne kostenlosen Like und ein Abo da wisst Bescheid, Leute. Ja, gut, Leute. Ich wünsche euch was. Viel Spaß beim, äh, viel Spaß beim Anschauen. Das ist das Ende vom Video. Ah, guck. Ah, jetzt hat er mich doch gesehen. Super. So machen wir das. Das nächste Mal schießt die Birne einfach weg. Das nächste Mal schießt.